Hayabusa 2 ist eine der herausragendsten Wissenschaftsmissionen für die Untersuchung von Asteroiden im Sonnensystem. Ryugu ist ein Asteroid, dessen älteren Körper den Ursprung im Hauptgürtel hat, das heißt zwischen Mars und Jupiter. Diese kleinen Körper dort sind Überreste aus der Entstehung des Sonnensystems. Sie sind die Körper, aus denen sich auch später die Planeten gebildet haben. Ich erzähle den ordentlichen Menschen, dass meine Arbeit zurückgeht, unsere Ancestoren, unsere Ancestoren, unsere Ancestoren, eine Ancestoren von 4,6 Milliarden Jahren. Der Grund, warum wir Asteroiden gehen, ist, dass wir von uns verstehen, wo wir kommen. Die Erde ist eine der Planeten im Sonnensystem. Und all die Materialien, oder all die Ingradienten der Erde, wurden aus dem Raum geboren. So, bei dieser Mission, wir werden mehr und mehr Wissen und Technik, über wie man die Aktivität an den Asteroiden oder an den Asteroiden. Der DLR-Knesslander Mascot hat aus unserem Institut eine Kamera an Bord und ein Radiometer, ein Gerät, was die Oberflächentemperatur und Wärmeleitung misst. Die Kamera hat uns gezeigt, dass Rue-Rue, aus zwei verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist. High EPSA 2 will bring back its Capsule to the Earth at the end of 2020. And the Capsule will land on the desert. So, after landing, we will pick up the Capsule and bring back to Japan in this Saganahar campus. This is a clean room for High EPSA 1 spacecraft. In this clean room, there is a clean chamber also. This is the entrance of the sample container, sample catcher. So, this sample catcher consists of three rooms. One, two and three. We receive the sample, each sample landing site, each room. Bei uns im Institut für Planetenforschung, hier in Berlin-Adlershof, haben wir ein Spektroskopie-Labor, das sich dadurch auszeichnet, dass wir Proben von extraterrestrischem Material untersuchen können über einen extremen Temperaturbereich von minus 200 Grad bis plus 800 Grad, unter den Bedingungen, wie sie dann auch auf dem Planeten vorkommen. Und dieses Labor ist, so wie es hier ist, in der Welt einmalig. Und jetzt bauen wir dazu das Sample-Analysis-Labor auf, in dem wir zum Beispiel Elektronenmikroskope haben und andere Geräte, mit denen wir die Chemie und die mineralische Struktur dieser kleinsten Proben untersuchen können. Das Wichtigste bei dieser Art Proben ist, sie nicht zu kontaminieren. Das heißt, sie nicht mit Stoffen aus der Erde zu verunreinigen, denn wir wollen ja, dass das Material des Asteroiden, so wie es dort vor Ort ist, untersuchen und nicht Verunreinigungen von der Erde. Asteroiden sind dadurch, dass sie in der Frühphase, des Sonnensystems mit dem Planeten kollidiert sind, eben Träger von Wasser. Und wir wissen, dass es Wasser braucht, um Leben entstehen zu lassen. Wir wissen nicht genau, wie sich Leben bildet, aber wir wissen, dass ohne Wasser Leben nicht möglich ist. Es ist ein unglaubliches Gefühl, dieses Material in der Hand zu halten. Aber hier haben wir es mit Material zu tun, was es wahrscheinlich so nie auf der Erde anzufassen geben wird, weil dieser Typ Asteroid, der überlebt nicht den Flug durch die Atmosphäre. Wir sind am Beginn eines neuen Wissenschaftsgebiets und einer neuen Methodik, um Himmelskörper zu untersuchen und hier vorne mit dabei zu sein, ist sehr aufregend und wir drücken den Japanern wirklich die Daumen. Wir wünschen den japanischen Kollegen eine sanfte Landung, viel Probenmaterial und viel Glück für die Mission. Das warório. Der Jubel voniska Körper